Du wirst ganz schnell ein Weltstar, verdienst Millionen und Abermillionen. Überlegen wir mal, wie man überhaupt schnell erfolgreich werden kann. Wie kann man schnell erfolgreich werden? Da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Wir hören das ja, was möglich ist im Sport. Du wirst ganz schnell ein Weltstar, verdienst Millionen und Abermillionen oder Musik. Du landest einen Bestseller nach dem anderen, einen Song nach dem anderen und gehst durch die Decke. Oder als Schauspieler. All das ist nicht mein Talent. Ich kann nicht singen, ich bin sportlich mäßig begabt, zumindest reicht es überhaupt nicht für die Weltspitze. Und Kunst oder Schauspiel ist auch nicht etwas, in dem ich richtig gut wäre. Was machen wir in so einer Situation? Dann blieb eigentlich nur der normale Job oder die kleine Selbstständigkeit. Und ich sage nein. Du kannst trotzdem deine Ziele erreichen, indem du Unternehmer bist oder in der Firma als Intrapreneur arbeitest. Ein gutes Marketing verstehst, Unternehmertum verstehst. Das hat alles seinen Ausgang mit Positionierung. Und vielleicht können wir uns auf eine Definition einigen, was dein Geschäft ist. Egal was du machst, wenn du selbstständig bist, ist dein Geschäft, dein Geschäft zu vermarkten. Es ist dein Geschäft, dein Geschäft zu vermarkten. Vielleicht schreibst du dir das auf und legst das irgendwie noch separat. Weil das so unfassbar wichtig ist, egal in welcher Branche du bist. Ganz gleich. Es ist immer dein Geschäft, dein Geschäft zu vermarkten. Dieser Satz ist keine Wahrheit. Es ist dein Geschäft, dein Geschäft zu vermarkten, ist keine Wahrheit. Was ist das dann? Es ist ein Glaubenssatz. Ich glaube das. Ich habe viele Beweise dafür. Alle großen Unternehmer, die ich kennengelernt habe, bestätigen das. Es ist aber trotzdem ein Glaube. Man kann auch was anderes glauben. Und damit sind wir beim Thema Glaubenssätze. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Du bist der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens. Immer wenn du denkst, schaffst du, schöpfst du etwas, erschaffst du etwas. Wenn du fühlst, erschaffst du etwas. Wenn du sprichst, redest, erschaffst du etwas. Und wenn du etwas tust, bist du Schöpfer. Bei diesen vier Dingen. Immer. Und dann gibt es zwei ganz wichtige Glaubenssätze. Und diese beiden vielleicht wichtigsten Glaubenssätze überhaupt, die du haben kannst. Überleg mal, welche das sein könnten. Dann sage ich dir meine. Was du über dich selber denkst. Und der zweite ganz wichtige Glaubenssatz, was du über die Welt denkst. Wenn ich zum Beispiel Positionierung sage und sage, ich habe dadurch ein tolles Leben. Und viele, viele Menschen, die ich gecoacht habe, haben dadurch ein gewaltiges, tolles Leben. Übrigens, einige haben ein wesentlich größeres Leben als ich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn die Schüler den Coach übertreffen, ist der Coach gut. Kann ich super mitnehmen. Hat damit zu tun, was wir über uns selber denken? Kann ich sowas auch? Glaubenssatz. Und ist das in der Welt überhaupt möglich, was wir also über die Welt denken? Sprechen wir über Verantwortung. Weil ob du sagst, ich denke über mich, dass ich das kann oder ich kann das nicht. Und ob du sagst, die Welt ist so, dass ich das kann oder dass es nicht geht. Und das hat mit Verantwortung zu tun. Und das Verantwortungskonzept, ich stelle es ja immer unterschiedlich, da ist eins der wichtigsten überhaupt, was wir lernen können. Wir können in kein Seminar gehen. Wir können in nichts gehen, ohne kurz über Verantwortung zu sprechen. Das ist der Bereich, den wir kontrollieren können. Und wir haben einen viel größeren Bereich. Das ist unser Interessenbereich, den können wir nicht kontrollieren. Also zum Beispiel, war es bei der Bundestagswahl vielleicht dein Interesse, dass bestimmte Parteien nicht gewählt werden, damit wir keine Vermögenssteuer bekommen. Könnte ja sein. Oder vielleicht war es dein Interesse, dass sie gewählt werden, damit die Vermögenssteuer kommen. Das ist nichts, was du kontrollieren kannst. Du kannst deinen Stimmzettel abgeben, aber wer gewählt wird, weißt du, kannst du nicht entscheiden. Das ist dein Interessenbereich. Interesse. Und das ist dein Kontrollbereich. Den kannst du kontrollieren. Habt ihr den Unterschied verstanden? Ganz wichtig, Kontroll, Interessenbereich. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Ob du glaubst, dass du es kannst im Leben, es, was auch immer das ist. Ob du glaubst, dass die Welt gut ist, gerecht ist, hat mit einer einzigen Sache zu tun. Und ihr wisst, wenn ich Modelle sehr stark vereinfache, haben sie einen Nachteil, sie sind nicht exakt, sie haben aber einen Vorteil, wir können sie verstehen. Und sie helfen uns zu denken. Und deswegen mache ich die Dinge gerne einfach. Wenn du dein Hauptaugenmerk auf dein Interessegebiet legst, wirst du ein Opfer. Wenn du dein Hauptaugenmerk auf das Kontroll, auf den Kontrollbereich legst, also das, was du kontrollieren kannst, dann bist du Schöpfer. Denn hier erlebst du, dass du stärker wirst, dass du Dinge bewirkst, dass du etwas erreichst. Je mehr du deine Zeit im Interessengebiet verbringst, in diesem großen, viel größeren Bereich noch, desto schwächer wirst du dich fühlen, weil du dich hier nicht erleben kannst, dass du etwas ausrichtest. Und je mehr du dich auf den Fokus, auf den Kontrollbereich fokussierst, umso mehr wirst du erleben, dass du Schöpfer bist. Wenn du dir also wünschst, dass jeder in deiner Stadt, in deinem Land, in deinem Bundesland oder in ganz Deutschland morgens eine halbe Stunde Sport macht, dann wirst du wahrscheinlich als frustrierter Mensch sterben. Das gleiche mit Regenwald retten und so weiter und so weiter. Wenn du aber erreichst, dass du jeden Morgen eine halbe Stunde Sport machst, dann wirst du dich gesund fühlen, kraftvoll fühlen, als Schöpfer fühlen. Und wenn du jeden Tag oder jede Woche ein paar Bäume pflanzt irgendwo, wirst du dich besser fühlen, als wenn du dich dein ganzes Leben darüber aufregst, dass überall Bäume abgeholzt werden. Wer hat das Konzept ganz tief verstanden? Das ist der große Unterschied zwischen Opfer und Schöpfer. Das heißt, ob du das annehmen wirst, was wir über Positionierung besprechen, hat damit zu tun, ob du dir klar machst, dass das in deinem Kontrollbereich ist oder dass du behauptest, nee, 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 ist im Interessenbereich, interessiert mich zwar, aber kann ich nicht regeln. Doch kannst du, ist hier, ist hier im Kontrollbereich. Und die beste Möglichkeit, den Kontrollbereich zu erweitern, ist, dass du im Kontrollbereich deinen wirksamsten Punkt auswählst und sagst, auf den fokussiere ich mich. Das ist dann dein Fokus. Das ist ja irgendwie kontraintuitiv. Denn was ich gerade sage ist, du machst ein größeres Leben, du erweiterst sogar dabei deinen Kontrollbereich. Du machst den größer. Indem du dich auf ein kleines Feld konzentrierst, wächst dein Kontrollbereich. Und dieses kleine Feld, auf das du dich konzentrierst, das nennen wir Positionierung. Das heißt, von all dem, was du kannst, wirst du dich in deinem Kontrollbereich auf das wirksamste konzentrieren, was ist. Und wirst dadurch größer werden, mächtiger werden, positiven Sinne, einflussreicher werden. Wir wählen in unserem Kontrollbereich die größte Chance. Zweitens, gehen wir damit dann raus in die Welt. Und drittens, vergrößern wir so unseren Kontrollbereich. Die Amerikaner sagen, the place you stick out the most is the place where you should stay. The place where you stick out the most, wo du am meisten irgendwie herausstichst aus der Masse. Das ist der Platz, an dem du bleiben solltest. Vielleicht können wir uns auf drei Glaubenssätze einigen für dieses Seminar. Erstens, ich bin verantwortlich. Du musst das nicht glauben, nur für das Seminar. Und dann guck mal, nach dem Seminar ist es nicht auch gut, wenn du das in deinem Leben übernimmst. Erstens, ich bin verantwortlich. Zweitens, ich kann das. Ich kann das, was wir hier vorschlagen, auch tun. Und drittens, ich muss das tun, weil ich persönliche Gründe habe. Ich muss ein größeres Leben haben, als ich es mir vielleicht bisher her zugetraut habe oder als ich es bisher her lebe. Und das bedeutet dann so zusammengefasst, meine Botschaft ist wichtig, dass du dir das sagst. Meine Botschaft ist wichtig. Ich kann einen Unterschied ausmachen und ich werde damit viel Geld verdienen. Meine Botschaft ist wichtig. Ich kann einen Unterschied ausmachen. Ich werde damit wirklich viel Geld verdienen. Ich werde damit viel Geld verdienen.